Bringt den Tankwagen zu einem befreiten Außenposten oder nach Prosperity oder bring ihn um. Und ihn auch. Und damit, oder seid's? Und willkommen zurück bei Far Cry New Dawn. Das geht ja echt gut los und da steckt jemand aus und der Motor geht sofort aus. Und? Die Musik geht auch aus. So kann ich ihn nicht plündern. Ach nee, ich hab das ja deaktiviert. Kann ich ihn da reinlegen? Nö. So, Waffe. Das ist ein LMG. Voll automatisch. Kann ich in die beiden tauschen? Bloß im Laden. Ich will die ganz gern. Auf der 3? Ja, stimmt. Es ist auf der 3. Halt, was machen sie da? Führerschein-Kontrolle. Bitte aussteigen. Hört's bald. Was ist mit euch, Hübschen? Pistolen, Pistolen-Munition. Sägeblattwerfer und Kupfer bekommen. Schrotflinte? Nee, nehm ich nicht mit. Schrotflinte. Hm. Kamina, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ist eine gute Frage. Was ist das denn? Ein Ladenbesitzer. Direkt vor der Nase. Immer geradeaus. Gehen wir mal hin. Ist das hier oder wirklich da drüben? Was ist da drüben? Kann ich das so markieren? Ist es auf der Karte? Nö, ist es nicht. Aber das finden wir schon. Das finde ich komisch, dass solche Markierungen nicht oben auf dem Kompass streifen. Die ist auch schnell. Ich frage mich gerade, warum wir gar keine Untertitel... Bei den kleinen Zwischensachen gab es keine Untertitel. Ich habe nämlich mal... Also ich frage mich gerade, warum wir keine Untertitel bekommen. Ich habe die kleiner gemacht. Ich gucke mal kurz. Moment, das war doch recht weit oben, oder? Dann war das bei Audio. Geräusche aus. Ja, Geräusche klein. Dann kommt es wohl bei sowas Nebensächlichen nicht. Ist hier so ein Laufender? Wollte ich gerade sagen, ist das so ein... Ist das so ein Händler, der herumläuft? Kennen wir schon aus. Far Cry 4. Ist die Frage, wo ist der gerade? Ist hier wieder los? Autschi. Ich weiß, ich habe ein LMG dabei. Kamina, schön überleben, ja? Nein, du bist jetzt nicht umgekommen, oder? Also so, fast. Die wilden Tiere legen aber los. Kamina, wo bist du denn? Also, falls ihr Stress haben wollt, wir haben Stress. Scheiße. Scheiße. Von einer wilden Horte Wildschweine umgebracht worden. Mist. Die lassen sich aber auch überhaupt gar nicht von einem LMG beeindrucken. Nö. Mutierte Tiere. Schließe auf die... Was? Auf die Schwachstellen der mutierten Tiere? Ach, der Leuchtekram. Am Latz. So was. Wo ist jetzt der Ladenmann hin? Ach, hier ist noch. Ja. Klebeband. Ja gut, dann machen wir halt was anderes. Ein bitterer Strom. Expeditionsstufe 2 für Schnellreise benötigt. Grace Armstrong ist da hinten. Dicks Bunkerloch. Hier ist gerade gar nichts weiter. Prosperity, Schnellreise, Helipad, Werkstatt. Dann gucken wir uns mal weiter um. Dann gehen wir mal etwas ins Land hinein. So in den Osten vielleicht. Und noch ist uns kein Wildes Tier vor die Nase gelaufen. Es grunzt schon wieder. Ah, da rechts. Kamina, wir gehen mal außen rum. Oh, Pflanze. Das Leuchten, äh, das Anzeigen von Interaktionsmöglichkeiten habe ich auch mal ausgemacht. Das hätte ich mir auch bei Shadow of the Tomb Raider gewünscht. Wir müssen so bald als möglich mal bei einem Waffenladen dann wegen der anderen Waffe gucken. Ich will kein LMG als zweite Hauptwaffe haben oder als Hauptwaffe. Hallo, ihr weißen Wildtiere mit rosen Hörnern. Tankwagen. Ja, wir haben eine Pistole. Ich glaube, ich habe ihn nicht umgebracht. Möchtest du uns deinen Quad geben? Kamina, aufsitzen, los. Wie huckt man den mit F? Okay, los geht's. Ja, 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 ja. Du musst dich schneller aufsetzen. Ist ja bloß ein kleiner, wo ist denn der große hinter hinten? Oh, was ist hier los? Das war, glaube ich, lieber. Egal. Hab mir gerade den falschen Roten ausgesucht. Wie viele Gänge das Ding hat. Schaltet der ja gleich wieder hoch. Ah, ist das Ding eine Lebensanzeige? Ich habe das da rausgemacht. Oder was ist das? Rote da. Ne, ist einfach nur eine Bemalung. Ich dachte, das wäre eine Lebensanzeige. Oh, ne, nicht neben uns hochgehen lassen. Äh, Kamina, wo bist du hin? Das Ding müssen wir hochjagen, oder? Ne, ist Ethanol. Das müssen wir abliefern. Wo ist der ausgestiegen? Oh, oh. Ruhe. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es tot. Tierarten gegen hübsche Menge an Herstellungsmaterialien eintauschen. So ein paar Tutorials, ein paar Tipps gebe ich mir. Scheiße, das Ding hat schon durch uns ganz schön Leck bekommen. Da würde ich jetzt eigentlich nicht einsteigen. Können wir das mit Kaugummi zukleben? Ja, nach Prosperity hatte ich vor. Ja, nach Prosperity hatte ich vor. Wir haben noch kein Außenpassen. Gehen wir erfahren. Wo ist denn Prosperity im Süden, ne? Südwestlich von uns. Kriegen wir schon hin. Hoffentlich. Oh, ist sich nicht aufgehört. Also ist nichts mehr drin. Halt, ihr bösen Menschen. Lass das. Äh. Wir sitzen in der Tankplaste. Das ist nicht cool. Äh. Wir stecken mal kurz aus. Nicht überfahren. Treffen wir aber auch nicht gut. Steigt der in den Autowagen? Ich fasse es nicht. Eigentlich sollten wir uns jetzt nicht in dem Auto verstecken. Oh. Das ist auch geiler mit... Ja, schießen wir nicht drauf. Wir müssen hier weg. Am Ende schießen die drauf. Moment. Tja, so ist das. Hey, gar nicht richtig getroffen. Moment. Hast du für eine... Was hast du für eine Waffe vielleicht dabei? Äh. Und du? Geh mal weg. Auch noch eine Pistole. Oder ja, die hat auch nicht mit einer Pistole geschossen. Das dämmert schon langsam abends. Ach, ohne Interface ist das schon ziemlich cool. Gut. Los geht's. Gut. Das sind aber schöne Wiesen hier. Ah ah. Wo muss man eigentlich gerade genau hin? Oh, ich fahre falsch. Gelände tauglich ist das Ding auch nicht. Schöne Armaturen hat das Ding in einem schönen Orange. Was? Was? Wer braucht Hilfe? Wir werden jetzt nicht geärgert. Ah, die werden schneller sein. Okay, die machen das Ding noch kaputt. Oh. Vielleicht doch mal aufs LMG gehen. Ans Leben klammern. Oh, oh, oh. Schottflinden, Heinz. Aua, aua, aua. Schlaf schön. Kavina hat gerade schlaf schön gesagt. Boah. So nicht. Das ist Kamin in Ruhe. Blöde Tosse. Arschtritt. Du hattest ja bloß eine Schrubstunde dabei. Oder einer von euch. Einer von euch. Ja, will ich nicht. Du bloß eine Pistole? Ja, da. Hm. Was, wenn ich es daneben setze? Auch nichts oben markiert. Das ist doof. Na gut, also wir fahren jetzt lange, lange runter. Dann fahren wir links und dann gleich wieder rechts. Dann kommen wir schon in etwa an. Runter, dann links und rechts. Ja. Das ist Zugunglück. Na. Sie braucht diesmal länger, um rumzukommen. Was? Ja, jetzt ach so einsteigen, sagt sie sich jetzt. Ja, ich wollte... Ah, du bist ja noch da drüben. Los. Ja, dann re... Nein. Wo gehst du hin? Ich hasse euch Pisser. Oh Mann, der kommt sogar zu uns. Ist ja cool. Kommt noch jemand? Mann, wir werden sowas von abgelenkt. So, jetzt aber rein, ja? Ja. 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 Okay. Nee, H war das H. Ich folge. Deswegen, ich hab vorhin G gedrückt, deswegen ist sie da nach vorne, oder? Es war wegen des Gegners. Zin, 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 zin. Da ist sie. Gut. Einsteigen. Camina, einsteigen. Jetzt geht die da in Deckung, oder was? Mädchen. Endlich. Jetzt kommt gleich der nächste Gegner. Was ist hier wieder los? Gleich wieder anhalten. Oh Mann, die fahren uns gleich mit dem tollen Wagen hinterher. Ja. Jetzt wieder aussteigen. War das hier schon links? Wir müssen auf jeden Fall aussteigen. voll daneben. Was ist das denn für eine Musik? Macht das aus? Nein, wir müssen nachladen. Sie geht ja ganz schön ab, oder? Was machst du da? Ich auch, und zwar verbannt nachladen. Mann, 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 Mann. So langsam geht uns auch die Munitie aus. Hm. Oh, was hast du denn dabei? Geiler. Leider noch ohne Visier, aber quält mir grundsätzlich schon mal besser. Oh, der Magazinwechsel ist ja toll. Ich muss nicht meinem Schatzengel danken. Was machen sie da? Gymnastik? Aufhören. Okay. Da kommt gerade die dicke Straße, die asphaltiert. Aber asphaltiert kann man hier eigentlich ja gar nichts mehr nennen. So wie das alles heruntergekommen ist. Sie steigt diesmal sofort ein. Schön. Das sind ja schon wieder Tierchen. Die Brücke kommt mir auch sehr bekannt vor. Das war doch die Brücke nach Hope County. Also, ähm, Forrest End. Das war doch da hinten, ne? In etwa. Da war jemand auf dem Auto festgenagelt. So, die nächste schon rechts. Hab ich die schon verpasst? Ich muss dann aber durchs Wasser, sehe ich gerade. Äh, das ist blöd. Achso, ich bin schon. Okay. Falsch. Okay, nochmal zurück zum Wasser und dann direkt links. Beuker. Darunter ist Wasser. Und dann links. Hat er dir wenigstens gezeigt, wie man fliegt? Wo ist denn die Einfahrt? Voll vorbei. Ach, unter der Brücke. Achso, hier geht's runter. Okay. Hoffentlich schafft das Auto das. Naja. Mach mal ganz. Das Ding hätte schon einiges abbekommen. Schüsse von uns und die ganzen anderen Zweikämpfer. Was machen sie da? Oh, das war knapp. Ja, das war knapp. Wir müssen jetzt so langsam wieder hoch. Aber hier führt dann eine Straße hoch. Okay. Und dann so herum, die dumm. Okay, okay, okay. Fickscheiße? Woher geht das denn her? Okay. Quitschen die wilden Tiere? Ups. Das war ein Steinchen. Wie sieht's mit dem Fliegen aus? Mal gucken, wie viel Ethanol wir dafür bekommen. Für den Laster. Joa. Getroffen. Ich sollte vielleicht bei der Straße bleiben. Wobei, hier müssen wir ja auch. Jeiei, jeiei, jeiei. Hoho, gleich brennt das Ding. Aber jetzt nicht. Ui, 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 ui. Jetzt komm rum. Nein. Ich glaube, das krieg ich hin. Gleich an den nächsten. Aber hier müssten wir vorhin runtergegangen sein. Dieses Weg. Dieses Stück Weg. Ja, da ist Prosperity. Wo müssen wir das abgeben? Vielleicht vor der Haustür einfach? Fahrzeug verlassen. Gut geparkt. Und jetzt? Ich möchte gerne läuten. Ich parke jetzt nochmal ein kleines Stückchen anders. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Mist. Blöd geparkt. Ich komme da nicht mehr rein. Wir gehen mal kurz rein. Vielleicht wird uns das ja schon direkt gut geschrieben. Mal gucken. Ich denke mal, da muss schon irgendwie eine Einblendung kommen. Aber wir gucken einfach mal. Aktuell Fahrzeuge des Rangs. Ah, 75 hat doch gezählt. Alles klar. Wo sind hier die Waffen? Werkstatt. Helipad. Wo kann man denn hier Waffen bekommen? War das... Nee, bei Kim. Bei Kim? Die hat ja eine Waffe auf dem Tisch liegen. Hat es aber alles mitgenommen. Kim, wo gibt es hier Waffen? Thomas Rush, noch einen Spezialist retten. Noch drei Ausstattungsverbesserungen. Oh, Ausstattungsverbesserungen. Da steht Garage dran. Kartografie. Da gibt es Infokarten. Nö. Explosivzeug. Aber müssen wir ja investieren. Heilgarten. Ups, nein. Ich wollte gar nicht raus. Beim Helipad war doch... Der, der... Mit dem Akzent... Expedition. Da oben wäre... Hier muss doch irgendeinen Waffenhans geben, der uns auch Waffen kaufen kann... Verkaufen kann. Pfeile voll, aber noch kein Bogen. Das ist doof. Na gut, dann gucken wir einfach mal in der nächsten Folge. Finden wir schon eine Waffe oder generell einen Waffenhändler? Irgendwo schon. Irgendwo. Also. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschottschüss. Ewig in den Nachthimmel starren. Ewig in den Nachthimmel starren.